Gude, habt ihr schon mal das Wort Wirwelsknepperer gehört? Also irgendeiner der was knäppert. Wirwelsknepperer. Das scheint irgendwie aus der Wetterau zu kommen. Ich habe die Frage auf alle Fälle mal in die große Runde gestellt und schaut mal wie sie beantwortet wurde. So hallo also das heißt Wirwelsknepper und es war nichts als wäre ein Wilddieb. Ah, herzlichen Dank. Ein Wirwelsknepperer ist also jemand, der an den Wirbeln knabbert von den kleinen Tieren, die er heimlich gefangen hat, was er gar nicht durfte. Ein Wilddieb. Also wenn ihr das nächste Mal in der Wetterau unterwegs seid und ihr seht ein Wilddieb, dann ruft nicht Wilddieb, sondern ruft Haltet den Wirwelsknepperer!